Welches Kompliment mögt ihr am liebsten? Bitte mit Begründung. Ich mag alles an dir. Ich finde dich authentisch. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Du hast so viel Talent. Du bist mir aufgefallen. Du bist großartig. Oder du bist schön. Ich mag alles an dir. Das bedeutet, ich muss nichts mehr an mir verändern. Und ich hasse es, Dinge an mir unfreiwillig zu verändern. Du hast so viel Talent. Oder du bist so intelligent. Du kannst das so gut. In die Richtung eben. Etwas, das auf das abzielt, worin ich wirklich gut bin. Oder auf meine Leistung, auf die ich stolz bin. Das gibt auch umso mehr Selbstbewusstsein im Leben und macht Erfolge umso schöner. Über Komplimente, über mein Aussehen freue ich mich allerdings auch sehr. Die bekomme ich aber abseits von Freundes- und Familienkreise viel häufiger als Komplimente, die auf das abziehen, worin ich gut bin. Und ich fühle mich auch so attraktiv. Aber letztlich sind die meisten netten Komplimente toll. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Klingt zwar ein bisschen kitschig, aber das ist ein Kompliment, was von Herzen kommt. Damit will dein Partner dir sagen, dass er sich nichts besseres, als dich wünschen kann, könnte. Und das ist ja auch schon extrem süß. Aber freut sich wahrscheinlich jeder. Ich freue mich über jedes Kompliment, solange es ehrlich gemeint ist und von Herzen kommt. Jeder mag Komplimente. Ich schließe mich da nicht aus. Eine Bedingung knüpfe ich daran. Es muss ehrlich sein. Und ich merke das schon, wenn jemand falsch spielt. Ich mag alle Komplimente, solange sie ehrlich gemeint sind. Du hast so viel Talent. Das stärkt mein Selbstwertgefühl und gibt mir die Bestätigung, dass ich etwas ganz Bestimmtes richtig mache. Es ist für mich außerdem viel wertvoller als jedes oberflächliche Kompliment, das zum Beispiel nur aufs Aussehen abzieht. Denn das ist meistens keine Eigenleistung. Mit den besten Grüßen, Senni3000. Gar keine wäre eh nur rumgerede. Du bist großartig. Das wäre das Mindeste. Gar nichts. Ich bin wohl in diesem Alter, wo man sagt, bring mir den Salat, du Steckdosenbefruchter. Ich mag alles an dir, aber knappes Rennen. Du hast so viel Talent. Wer meinen Gekritzel mag, macht sie mir am besten Freude. Ich mag alles an dir. Das passt alles zusammen und ist ehrlich. Ich höre unglaublich gerne, dass ich süß bin. Ein größeres Kompliment kann ich mir kaum vormachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Abo und ein Abo und ein Abo und ein Abo.